Wer spürt denn heute? Na du! Wieso? Lass es schnick-schnack-schnuck spielen, ganz ehrlich. Okay. Schnick-schnack-schnuck. Äh, Schere geht nicht. Wieso? No-Cut heute. Dann spür halt ich. Oder wir machen einfach Granola und damit herzlich willkommen zu einer neuen No-Cut-Challenge hier auf Young Tom Tom. Jetzt, wir machen leckeres Granola später mit Joghurt drüber und Früchten und wir legen jetzt erstmal los. Genau, für Granola brauchen wir Haferflocken, formschön, wunderbar. Wir schätzen jetzt einfach 100 Gramm ab. Alle Mengenangaben sind unten, wie immer, in der Videobeschreibung. Yes. Und außerdem haben wir auch noch sehr viele Nüsse heute und die müssen wir irgendwie klein machen, aber wir können ja kein Messer benutzen, deswegen nehmen wir eine Tüte und schmeißen das jetzt alles da rein. Genau, und dann wird es platt gemacht, denn schlagen ist nicht schneiden. Zum Beispiel haben wir Walnüsse. Ich finde es aber auch hier einfach sehr gemein, wie wir überall diese Schere abgebildet ist und nicht verführen will, die Schere zu benutzen. Aber nein, 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 ist in No-Cut. Nee. Ah, das habe ich noch nie in No-Cut gesehen, aber das ist natürlich ein Video, wo nicht im Video und nicht im Rezept geschnitten wird. Yes. So, ein paar schöne italienische Haselnüsse. Oha. Ich habe hier Paranüsse. Wir machen leckere Giagullia. So, dann noch ein paar Cashews. Und dann geht's ab. Möchtest du, soll ich? Du hast heute die Ehre. Danke, das ist ja sehr lieb. Okay, die ganze Luft ist raus. Perfekt. Fertig. Wow. Danke, danke, danke. Hast du jemand Schlagzeug gespielt? Ich hatte mal eine Unterrichtsstunde und habe festgestellt, dass ich nicht so gut drin bin. Die Blue Man Group hat mich auch abgelehnt. Aber es war meine Show-Einlage. So, das kommt jetzt hier rein. Ah, du hast schon den Herd an. Ich habe schon den Herd an. Perfekt. Dann hauen wir da auch ein paar Gewürze mit dran. Yes, wir haben Zimt. Wonderful, wonderful Zimt. Und noch etwas Kardamom. Das gibt so ein bisschen Kick rein. So, rühren dürfen wir ja. Meine Lieblings-Kaugummi-Sorte ist übrigens mit Kardamom. Echt? Die gab's nur in Libyen. Oh. Und ich versuche immer die zu bekommen, aber, no chance. So, während du da rührst, ich schiebe schon mal den Arm. Darüber werde ich schon mal anfangen, unsere Orge hier zu zerkleinern. Das wird lustig. Das wird lustig. So, you can do it. So strong. Oh, ja, wir brauchen ja nicht alle Schnitze, ne? Nee. So. You can do it, you can do it. Ah, so. Oh. Den Rest gibt's halt als Saft. Vom Tresen. Klar. So, teilen wir mal ein bisschen auf. Ihr könnt natürlich gerne daheim Messer benutzen, denn ihr macht ja keine No-Cut. Aber wäre auch witzig, wenn ihr eine macht. Das stimmt. Ihr könnt gerne mal eine machen und dann ein Rezept nachmachen und bei Instagram ficken. Oh ja. Das wäre sehr, sehr witzig, als kleines Riedchen oder sowas. So. Ich schäle schon mal die Banane. Boah, wie ich alles hier zugesaut habe. Ich hole mal ein Brettchen, das hätte ich am Anfang anmachen können. Ja. Und den guten Saft hier weg. Danke. So. So. Ich anbringen lassen, genau. So. Jetzt müssen wir das hier noch... Ja, es würde auch schöner aussehen, würde man das mit einem Messer machen oder wenn man Fingernägel hätte. Soll ich das da raus holen? Und du guckst, dass das hier nicht anbrennt. Ja, kannst du machen. So. Aber es riecht schon sehr gut. Sehr gut frisch nach Zimt. Oh, die trockenfrüchte müssen klein machen, die müssen ja auch noch gleich dazu. Ja. Wir haben hier getrocknete Aprikosen. Auch mal so eine gute Handvoll. Äh. Ja, das ist immer alles gar nicht so einfach ohne Messer. Ja. Ja. Ich haue dir jetzt einfach schon mal nach und nach dazu, während ich das hier bewege. Denn sonst wird es aber... Oh, ah, mh. Ja. Gleich ist es schon so weit. Die kriegen alles schon ordentlich Farbe. Ich packe einfach die hässlichen weiter nach unten und die schönen weiter nach oben. Ja, wir brauchen ja nicht alle. Aprikosen verteilt. Ich liebe getrocknete Aprikosen. Ich finde, bei denen ist es auch immer geil, weil du kannst sie zu allem essen. Ja. Süß, salzig, völlig egal. Das war auch eins meiner ersten Rezepte hier tatsächlich bei Amtam, wo wir unsere liebsten Burger gemacht haben. Und meiner, das ist auch noch bis heute wirklich so, ist so einer, der so ein bisschen angelegt ist an diesen Hackauflauf. Den haben wir auch schon hier gemacht, by the way. Und da habe ich dann Burger gemacht. Findet ihr hier oben? Wie ist denn dieser Auflauf? Ja. Boboti. Ich glaube, er hieß Boboti. Okay. Ich glaube. So. Wenn ihr auf das i klickt, werdet ihr es herausfinden. Entweder sie kriegen dann den Burger oder das Boboti. Tja. So, hier wird ordentlich zerteilt. Du kannst mir mal die Dattel noch klein machen, bevor die Bananen hier klein rufst. Die muss hier auch noch mit rein. Ja. Aber das riecht hier schon nach langsam verbrennen. Ja, dann nimm mal runter. Mach mal aus. Ja. Nehmen wir noch die Resthitze. Und so. Dattel kommt. Yes. Ich zerteile hier weiter noch die Aprikosen. Dattel, Dattel. In kleineren Stücken wäre es natürlich schöner, aber schönes überbewertet. Uh, nicht abwackeln. Naja, ein bisschen Rosterung im Granola. Rein, rein, rein. So. Okay. Jetzt fehlt noch den ganzen Schluck Ahrensirut noch reinschmeißen. Ja. Es war sehr heiß. Ja, komm. Was soll der geil? Im Rezept stand weniger, aber hey, hey. We take it. Hey, das ist das Schöne, wenn man kocht, dass man alles so anpassen kann, wie man möchte. Das stimmt. Das ist das Beste. So. Siehst du, jetzt kommt das auch schön zusammen. Das stimmt. Jetzt sieht es lange aus wie ein Granola. Ja, du. Sind da genug Dackeln drin? Ja, wahrscheinlich. Ich kann ja noch zwei reinmachen. Okay, wäre das eher was fürs Frühstück für dich? Ein Granola? Ja. Ja. Ja, potenziell schon, aber ich finde, das ist auch ein ganz guter Snacks so zum Mittag. Ich glaube, es kommt so ein bisschen drauf an, was für ein Typ du bist. Ich bin ja einfach so ein Mittagessen-Typ. Ja. Ich skip auch gerne das Frühstück, um dann direkt herzhaft zum Mittag zu essen. Aber manchmal ist schon geil, wie es bei dir? Äh, ich würde niemals eine Mahlzeit skippen. Ich würde eher noch eine einschieben, so nach dem Mittagessen. So, wenn ich im Atelier bin und ich gucke so auf die Uhr. Ah, ich habe gerade nicht so Bock, was Neues anzufangen. Ich esse erst mal was. Ja, so, ja, um 16 Uhr, finde ich, ist eine gute Granolazeit. Das stimmt. Man kann es auch sehr gut einfach in so ein Eimachglas eigentlich einpacken oder ein Glas und dann hast du alles dabei und dann nimmst du nur die feuchten Komponenten woanders mit und dann kippst du aufeinander und zack, bumm, hast du ein schönes, geiles Granola. Ja. Apropos zack, bumm, schönes, geiles Granola. Fülle ich mal rein. Äh. 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 Brauchst du Assistenz? Nee. Ich war so, ach, schön einfühlen. Ich? Naja, da kann man ja nicht ganz so viel falsch machen. Das sagst du jetzt. So, und die andere Schüssel noch. Ich mache schon mal den Joghurt auf. Ja. Sehr gut. Ich fände es auch ein bisschen witzig, wenn es gleich schon das Mobiltelefon rein käme und sie einfach währenddessen schon die Story machen. Wenn man was anderes. Das stimmt. Deswegen, das Telefon kann gereicht werden, während man bis jetzt hier den Joghurt gibt und dann machen wir das einfach alles in einen Rutsch heute. Geht nicht. Telefon nicht da. Telefon ist nicht im Raum. Na gut. 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 Loslassen, weil sonst die Kamera runterfällt. Ja und er darf nicht reden, weil man ihn sonst hört. Ja. So. Okay. Auch unsere Granola kommt jetzt ein bisschen Joghurt. Das hätte ich ein bisschen schöner machen können. Naja, du hast ja noch einen zweiten Versuch. Ich habe noch einen zweiten Versuch. Da mache ich es vielleicht lieber an die Seite. Ja, mach es mal an die Seite. Jeder und jeder, wie man halt so mag war. Ja. Ne, ich habe einfach meinen inneren Felix gechannelt bei der Bowls. You suckle. Ja, stimmt. Alter, die Hauptsache kommt in den Magen. Hallo, das habe ich gerade nicht gehört. Das muss weggepiept werden dann. Ja, das finde ich okay. Okay. So, wir ordnen das hier schön an. Irgendwie bin ich gespannt. Ja, ich bin auch gespannt. Ich bin noch ein kleines Stück. Nee, es ist einfach noch eine riesige Orange. Ich glaube, eine Mandarine wäre ein bisschen visuell schöner gewesen. Naja. Naja. Aber dafür gutes Vitamin C. Ja. Gute Ballaststoffe, schön Calcium. Alles dabei. Alles dabei heute. Das ist gut für den Bauch. Das hält lange satt. So, jetzt channel mal deinen inneren Felix A. Ja. Wie würde das Felix machen? Ja, finde ich nicht schlecht. Aber da fehlt noch so ein Finishing Touch. Bei mir auf jeden Fall. Der innere Felix würde hier noch so ein bisschen Zimt. Perfekt. Das sind in einer Zimtbeuge. Aber damit sind wir schon fertig. Yes. Bitteschön. Dankeschön. Und probieren jetzt. Na denn. Guten Appetit. Guten Appetit. Das ging noch absolut überfix. Das ging mal wirklich überfix. So muss das bei einer No Cut. Okay. Heute dauert es ein bisschen länger mit dem Kauen. Nüsse und so. Es kann sehr schnell kommen. Man hat ja auch großen Mund. Und deswegen kann ich auch so viel reden. Aber das ist sehr lecker. Mhm. Nicht zu süß. Genau. Perfekt. Schöne trockene Aprikosen. Ich liebe das. Sehr gut. Ja. Frische Komponenten. Alles dabei. Also. Mach das gerne rein. Vergesst nicht zu abonnieren. Machen wir eine Endcard. Wenn wir nicht schneiden. Ich weiß es nicht. Ja. Ne. Wir machen keine. Okay. Na dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss. Tschüss. Tschüss.